Die Unter-Uns-Wochen-Vorschau, das passiert ab dem 18. Juni 2018 So geht es bei Unter-Uns weiter In der nächsten Woche kündigen sich bei UT Probleme mit dem Jugendamt an. Bambi glaubt, seine illegalen Geschäfte vor Sina vertuschen zu können. Und Karrieregier Larissa findet ihre wahre Bestimmung. Was es mit diesen Geschichten auf sich hat, verrät Isabel Hertel, spielt UT Kiefer, in unserer Unter-Uns-Wochen-Vorschau. Bambi wegt bei Sina einen falschen Verdacht nach ihrer ersten unangenehmen Begegnung mit Jürgen Schell vom Ordnungsamt UT alles, um weitere Probleme zu vermeiden. Aus gutem Grund, sie bemüht sich gerade darum, ihre Pflegetochter Maja zu adoptieren und da kann sie Ärger mit den Behörden gar nicht gebrauchen. In der nächsten Woche glaubt Bambi aufatmen zu können. Sina zeigt sich nach dem glimpflich verlaufenen Motorradunfall versöhnlich und will ihren E-Streit zu den Akten legen. Bambi hofft, bei der Gelegenheit auch sein illegales Motorrad-Tuning unter den Tisch fallen lassen zu können. Erfüllt sich diese Hoffnung? Für Larissa war schon immer klar, dass sie einmal in die Fußstöpfen ihres Vaters treten würde. In der Geschäftswelt ganz oben mitzumischen ist genau ihr Ding. Ehrgeizig arbeitet sie daran, die Karriereleiter ganz nach oben zu klettern. Da offenbart sich ihr unerwartet eine neue berufliche Perspektive, die mit ihrem bisherigen Job nicht das geringste zu tun hat. Und da kommen die Farbe des Kult. Bis zum nächsten Mal.